Zwei Schwestern sind neu in der Stadt. Das ist voll super hier. Und sie sind anders als andere. Wir sind ihre neuen Nachbarn. Familie Teppisch aus dem dunkleschaurigen Transylvania. Hallo. Denn sie haben ein kleines Problem. Warum kann ich kein Mensch sein? Sie haben einen Wunsch. Ich erfülle ihn. Das ist es. Dieser Winter wird vampirolaktisch. Dass ihr nicht normal seid, ist sowas von klar. Schicken Sie sofort einen Sonderreinsatz. Meine Nachbarn sind nämlich Vampire. Die Vampirschwester. Hallo. Ab 27. Dezember im Kino. Die Vampirschwester.